Ich würde sagen... Na du Süß, was geht bei mir? Du schnickiputz! Okay, was läuft bei dir? Na du schnickiputz! Boah! Endlich geht's! Andere Spieler! Oh! Gut! Es hat immer noch der Mittwoch, also wir haben jetzt schon irgendwie voll gar nicht oft aufgenommen, weil wir nie gestärbt sind. Meine KD ist 3,16. 3,16 hat aber in Mathe nicht aufgepasst. Wie kam's critical! Ich kam's critical auf YouTube! Ich bin halt auch irgendwie grad im PvP vielleicht halb so gut, wenn ich aufnehme oder ein Viertel, ne, drei Viertel so gut, weil... ...einfach lecker! Weil es leck! Also jedes Mal, wenn ich sterbe, dann ist... Nein! Aber wirklich, es leckt! Ja, also den Schwarzen, ne? Ja, den Schwarzen, ne? Ja, den Schwarzen hätte ich selbst bekommen, ansonsten. Wirklich! Jetzt geht immer nicht so ein Rassist ohne Witz! Pass auf! Wir haben AIDS! Der AIDS! Der Niko! Oh, Niko, der Arme! Alle mal Hashtag mit Nikolnikomtara! Was sagt du? Dumm! Was sagt du so? Was sagt du so der aktuellen Flüchtlingssituation? Was ist falsch bei dir? Also, ich träume ich ihn... Also, du findest... Nein, nicht da lang! Ich will mich in die Mitte bauen, damit wir Gold haben, hat uns letztes Mal voll viel gebracht! Och, man, du Spasti! Ist das... Mann! Wieso... Okay, ich helfe dir! Ich guck, die bauen sich auch in die Mitte! Mann, das Woid ist so fies zu mir! Ja, zu mir auch! Mann, ich schwörte jetzt Woid, ich schwörte dir Woid, wenn du dich nochmal machst, dann komme ich zu dir nach Hause und ich stelle dich ab! Gut, ich hatte gerade einen Diabos-Panzer! Mann! 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 die Sonne gegen die Mitte mal die Gründe sind beide in der Mitte ja und deswegen wollte ich ja durchlaufen aber etwa Grüne Wald hinter mir oh Gott alter Trottet und wieder geil aber ich hab's kann noch so überlebt es ist auch gut dass sie sehen dass sie zu ihm werden und nicht sterben äh dann die Gelben eine Sekunde März weiter als 24 er wird er von dem er wird beide Grünen kommt so und sofort wird er er bald ich kann über und dann will ich bin schneller da ist die Kugel Springer aber die hoch die hoch die hoch die ich bin oben ich bin oben ich bin oben hinter Bett bis hinterm Bett er bin ich ich bin auch zu beantworten egal besser besser gar nichts als gar nicht das hat gar nicht Kürtel entweder du musst hier hin die Bundesrepublik aufbauen können da aber da die sich nach da oben gebaut haben nicht nach achten die Korte ist hier kommt Kogtor hat den aber der andere kriegt nicht gerade Achtung bleibt da schlecht dann hat er und sind der steckte ich nur mit noch wechselt aber ich trafte nicht so wirklich mit meiner Spitzsache wir dürfen ihn nur nicht ins Bett haben Kürtel das war kurz schon spannend also da war gar nicht spannend die Prüte für die Kürtel danke ja komm ich bin da ich bin ja netter als die Tue und gibt er das sogar Kürtel vor allem auch die ganzen Blöcke die dann nicht ja die liegen hier auf dem Weg Kürtel sogar mehr als die da war ein Stück Blöcke drin und ich hatte zwei Stärkstel gebetet wurde Kürtel 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 das gilt das für heute mal wieder er workspöse Krass mit dem Work KS er soll ich dir die Hälfte des Goldes was ich abgeben Pender weiter die warum werden doch nicht mehr da unter bett aber heute habe ich mir auch vor den eisenschwert gekauft also falls du mal stehe ab der lichten alten schwer hat so kreuzung zwischen fristen sind es ist nice dann würde ich mir noch mal hier da hast du noch eisen noch neun hier kannst du das haben so kann ich das haben weil dann können ich wieder von der andere und sogar eine kiste in der ich nämlich habe ich das ist okay ich habe mich nicht gewundert warum diese Kiste haben aber wir haben unsere Zeit die Welt geht nicht teilen hält hätte die von denen geht doch aber auch das habe ich jetzt aber nicht versteht vielleicht Opferler in Deutschland ich gehe mit grüßes zu den mann gucken ob ich überhaupt schenken den meint so dass eine Person der ist in der Mitte sollte mal töten er der will mich töten er hat mich in die Hand ja ich war voll scheiße ich sag ja ich bin voll schlecht in Ordnung 2 wollte ich mal bitte heim der kommt und ich habe leider nur ein eisenschwert und er hat mich weil er noch wegste Karte und ich nö ich hatte ja auch kein eisenschwert von noch weg drauf ist aber ich bin jetzt nicht runter weil das wäre nie gehalten macht ihr macht war oder der kriegt uns unser Bett noch so schneller da der ist jetzt da ich weiß aber ich bin schneller da ich bin jetzt so schneller da als wie jetzt wenn ich jetzt schnell bin bin ich schneller da als wenn ich langsam bin doch ganz ruhig wo ist denn der oben der ist hier gar nicht läuft doch natürlich ist der hier wo denn ja oben ja und wo kriegt der unser Bett ja der hätte unser Bett dreimal kriegen können guck jetzt so weit blättert der Junge nein das hat gemerkt dass er nicht schlagen kann aber tun nicht so als wärst du so schlau ich bin das Respekt oh Gott ich dachte es wäre Kaffee ok um das ist irgendwo blau ok grün mein ich die sind grün ist da ja die werden halt auch und das rot ja direkt mit 1.2 wenn wir Pech haben wenn wir von beiden Seiten getargetet weil die werden uns jetzt blau baut Richtung zu denen rot baut Richtung blau rot baut Richtung blau wie keiner baut zu uns nein nein die baut nicht zu uns und also rot blau nicht zu uns ja das ist ja auch logisch dass sie zu uns bauen aber vielleicht kriege ich die first russ um ein Gott ne krieg ich nicht da bist du ja krieg ich nicht aber auf jeden Fall haben wir jetzt die bessere Situation weil die von zwei Seiten bekämpft werden glaube ich oder kommt einer ja ja blau zu uns kommt keiner nein rot hat blau ok nein das ist nicht das ist eigentlich egal ok die bauen sich zu uns hoch ja wenn du geht geht durch geht durch du lenkst du kannst die beide so aus der Bayern von Köln über die Abdeck von Köln Oh mein Gott ich hab den Kling ich bin ein wie er keinen noch weg bekommt ich dachte dann egal wir haben die ausgelöscht Perfekt Alter aber er kann die die Städte das war aber auch so geplant weil das Ding ist wo ist der hätte lieblich wo lebt in der der Grüne lebt nicht das ist ja nicht lassen so das hat sich nicht im Chat Herr bei mir stand du aus den getötet dass ich ihn getötet weil wir den Köln h die jetzt noch auf die ja die Baustelle die Baustelle die Baustelle die die könnte gut sein könnte gut sein oder Christi ich krieg ich ich konnte ich bin Gott nicht oder richtig die der kriegt uns durch runter springen oder nicht ja 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 ich muss wenn ich jetzt im Spontrap lande nein 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 der ist noch nicht hier der war nur auf dem Weg zu uns und hab mich runter ne der zurück ne der ist doch hier oder ne der ist wo ist der doch der geht jetzt zurück der geht zurück dem halt Gold wo ist denn der wusste denn in seiner Basis seiner Basis ich würde Eisen oder macht ihr sonst Eisen macht die Eisen der Eisenschwert der Eisenschwert ich krieg den trotzdem mit der Spitze gefasst ich hab den mit der Spitze gefasst bekommen also ich hab noch gut gedrückt man muss jetzt ein bisschen schwitzen hast du Eisen ich brauche Eisen ja liegt den Villager ups ich hab ein Schwert für dich ich hab ich hab ich hab ich hab hier das Schwert kann ich dir geben ich sag ich hab und du gibst mir trotz der Welt die übrigen Goldberg Level 2 du meinst das Level 1 der Goldschwert was Level 2 Goldberg teilt okay die sind der OP-Bab mit dem man immer kurz gegriffen was machen wir in 6 Minuten denn beide Eisenschwert wir sollten nicht wir sollten Item Packages kaufen die kosten zu viel also je also keine Ahnung ok so einfach Blöcke Bezirkenswert und Prüsten jetzt vielleicht sollten wir immer versetzt drauf gehen so dass wir nicht beide zusammen sterben ich bin tot Achtung er kommt er kommt er kommt er kommt ich bin hinter ihm und ich glaube ich denke ich bin tot er denkt ich bin tot er geht mit Würstchen er ist dann in den Sprung hab ihn heißt der andere mit der andere Punkt ich hab keine Glocke er bleibt er bleibt er wird wo ist der alter Kompakt wo ist der Achtung ach so da hat er kommt wo Gott habe ich ihn nein er ist auf der Eisenhensee gelandet ja ein Hitterter der zweite Erklärung Nein ist so muss das Prozent hier ist das so bleiben das war es nicht ganz gut und jetzt Prozent Prozent macht gut da